Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Ich habe es geschafft irgendwie das zu lösen, die ganzen Sachen sind noch da, alle geblieben. Ja, ich musste, um genau zu sein, ganz ehrlich, das komplette Spiel deinstallieren, alles was ich davon hatte, die Save-Files auf einen separaten Ordner packen, also kopieren, und dann wieder hier rein kopieren. So, also neu installieren, von Grund auf neu, und die Save-Files einfach retten und nochmal hierhin setzen. Und ich hoffe, dass es mir alles erhalten bleibt, hier. So, warte mal. Nein! So, jetzt habe ich es wieder hingekriegt. Ja, ich bin aus Versehen auf die Windows-Taste gekommen. Auch noch. Es war jetzt nicht nur das Spiel selber, sondern jetzt war es eher mein Fehler. So. Aber ja, ich habe es hingekriegt, dass das Spiel wieder ganz normal läuft. Komm, jetzt mach den da fertig. Komm, kann der jetzt nicht irgendwie mal drauf gehen? So, den haben wir jetzt erledigt. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen auf der Windows-Taste wiederkomme. Was ist denn das jetzt gewesen? Keine Ahnung. Ich mache jetzt aber vorsichtshalber Jetzt ein Save-Game. Auch Cyrus. So. Hm. Genau, wir haben hier jetzt... Wo ist denn der Plüssel hin jetzt? Wo ist denn jetzt der Plüssel hin? Ist hier jetzt was aufgegangen oder wie? Ach, nö. Jetzt habe ich... Habe ich jetzt irgendwie... ...einen Bug bekommen oder wie? Jetzt schon wieder und ich habe gerade gespeichert oder was? Wir hatten doch gerade hier noch einen Gold-Key gehabt. Warte mal, ich springe hier einfach mal innen tot. Ah, warte mal. Was, wenn ich jetzt... ...das hier lade? Was soll ich jetzt machen? Habe jetzt das Spiel gecrayt? Komme ich jetzt doch nicht mehr weiter? Ne, hier nicht. Ich muss auf jeden Fall durch diese Tür gehen. Hm. Wo ist denn der Schlüssel hin? Ja, ansonsten würde ich sagen, äh, ich breche hier noch einmal kurz ab. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt haben wir auch noch den Gold-Schlüssel... ...anvisiert. Also, immer ausgerüstet meine ich. ...und gehen jetzt direkt da mit. Hier dran. Okay, da hat sich jetzt irgendwas getan. Aber warum können wir da jetzt nicht durch? Ich komme hier nicht durch. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Brauche ich irgendwie was anderes? Wir haben hier noch den Schlüssel. Ah, okay. Okay, doch nicht. Äh. Okay, dann muss ich die vielleicht nochmal bekämpfen. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ansonsten. Der Gold-Schlüssel ist auf jeden Fall weg. Nicht mehr im Winter im Tag. So, jetzt du mal weg. Ja, komm. So, jetzt du auch bitte weg. Komm. Alter, jetzt. Geht doch eigentlich nicht drauf. Ihr habt es doch gerade gehabt. Rebel. So, jetzt haben wir die beiden. Ein Health Potion. Und der hat... Äh, das wollte ich jetzt nicht. 95. So. Wo ist jetzt mein Flüssel? Muss ich gleich wieder das Ding zieladen? Nee. Wenn ich hier jetzt einmal quitte, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, da bin ich jetzt auch wieder. Ich musste tatsächlich, weil es keine andere Möglichkeit gibt, jetzt wegen dem Item, der mir vorhin im Inventar war und dann verschwunden ist. Ihr wart alle Zeuge. Ich habe Videobeweise. Ich hatte den im Inventar und der ist verschwunden. Ich musste mir den jetzt neu ercheaten. Ich habe wirklich hier drauf gegangen. Ich habe hier ein bisschen ausprobiert, so wie ich den kriege und habe kaum was gecheckt erst mal am Anfang. Aber ja. Und ihr seht, hier ist alles immer noch genauso wie vorher. Ich bin auch immer noch verwundbar und alles. Ich habe mir nur den hier neu ercheaten müssen, weil der aus meinem Inventar verschwunden ist. Und den wollen wir jetzt auch benutzen. So. Damit will ich hier vorankommen. So, dann können wir hier jetzt das speichern, weil das war jetzt absolute Sauerei von dem Spiel, finde ich. Also, wir nehmen wieder unser Schwert. Ihr könnt das alles nachgucken oder so. Ich habe hier jetzt nichts mir Neues geholt. Ich habe mir nur den Schlüssel wieder zurückgeholt, in mein Inventar gepackt, weil der aus dem Inventar gebackt ist. Seht ihr, ich bin noch verwundbar. Ich bin nicht unverwundbar. Aber es blieb mir keine andere Wahl, ansonsten werden wir hier nicht mehr weitergekommen. Ja, jetzt müsste er aber auch langsam irgendwann draufgehen, oder? So, wurde auch Zeit. Sieben Gold, immerhin. Da liegt ein Torch. So, will der jetzt Stress? Ne, der kommt nicht zu uns. Hier waren wir aber auch noch gar nicht. So, komm. Du willst Stress? Ich gebe dir Stress. So. Das dauert jetzt erstmal, bis wir den besiegt haben. Also, ich werde solche Cheats und so weiter nicht missbrauchen im Let's Play. Nur damit ihr Bescheid wisst. Nur, wenn ich keine andere Wahl habe. So, den haben wir. Oh, jetzt den hier auch noch. So, komm. Das geht jetzt auf den Nerv. Und ja, es gab die Möglichkeit, für mich, auch hier, ähm, Health Potions und Gold und so weiter, um endliche zu geben. Aber, das lassen wir. Das sind immer noch genau so viele, wie wir vorhin am Start hatten. Und genau so viele, wie in den letzten Folgen, die wir eingesammelt hatten. Lass sie! Lass sie mich jetzt verarschen. Rebel! Ja, gut, jetzt auf Zeit. Ein Health Potion. Ein Health Potion, wow. Dann ist noch einer. Sieben Gold Pieces. Alter. Am besten, wir rennen hier lieber durch. Als gegen die zu kämpfen. Sind schon ein bisschen viele. Na, komm, hoch. Gehen wir mal da lang. Ich gehe mal von außen, dass wir da hin müssen. Ja, sieht schon dementsprechend aus. Da lang. Okay. Ach, ne. Können wir mich hier etwa hoch? Ne, anscheinend nicht. Ah, hier ist eine Plattform. Okay, da müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Ah, komm, noch mal. Wir müssen auch gehen, Verwurf. Komm, hoch. Alter. Du wirst sterben, Verwurf. Du wirst sterben, Verwurf. Kräuter. Nein. Jetzt hänge ich hier fest. Ja. Ah, nein. Ist das jetzt sein Ernst? Wie lange will... Alter. Ich glaube, ich brauche was für hier. Ich glaube, ich brauche hier irgendwie ein Gewicht. Ah, komm. Ach komm, der wird mir jetzt noch weiter auf den Sack gehen, oder? Ne, anscheinend ja nicht. Oder kann ich ihn als Gewicht missbrauchen, wenn ich ihn da töte? Wenn er hier braucht es. Der soll hier runterkommen. Ja, der soll hier runterkommen, bitte. So, bitte einfach draufgehen, ja? Der zählt nicht als Gewicht. Was soll denn das? Ey, zurück. Du bist jetzt gleich mein Gewicht. Hallo. Jo. Alter, aber den müssen wir jetzt so oder so loswerden. Du bist ein Fynn. Du musst jetzt... Komm schon. Ich bin schnell. So. Keine Ahnung, was wir jetzt bekommen haben. Wie viele Health Portions haben wir noch? Es sind nur noch sieben. Und jetzt weniger. Wir brauchen irgendwas. Ich glaube, wir... Wir brauchen Gewichte, meine ich. Die müssen mich hier jetzt irgendwo finden. Gehe ich mal von aus. Und jede Wette, die liegen hier irgendwo rum. Da hinten wahrscheinlich. Gehe ich, Redguard. Da ist er. Da, falle zurück und lasse mich. Ja, hier bestimmt irgendwo. Du wirst nicht weg. Ich werde dich noch nicht wegnehmen. Ja, fänden wir irgendwo. Mit Sicherheit. Da war was. Ein Torch. Ja, die werden jetzt alle hinter uns her sein. Und der nächste jetzt auch noch. Sonst gibt's hier nichts, hä? Was war denn das? Da war irgendwas. Das ist ja kein Plan, wo ich hin muss. Obwohl das da könnte. Könnte irgendwie... Examine Torch. Ich habe eine Idee. Wir haben nur noch zwei Torches. Wieso haben wir nur noch zwei? Okay, wir haben uns den Weg freigegemacht. Kann ich damit jetzt was machen? Nee. Kann ich nicht. Brauche ich hier irgendwas? Ja, aus dem Weg. Ich habe nichts Zeit. Hier ist auch zu. Gehen wir da nochmal hin. Warte mal. Gibt's hier irgendwie was? Nee, ich sehe hier nichts. Gut. Hier gibt's auch nichts, hä? Ich glaube, das sinnvollste ist wirklich da oben irgendwie. Na, komm, wenn wir jetzt nochmal hochkommen. Da oben irgendwie rüber zu kommen. Einfach so. Aber wir haben hier nichts. Nix zum Mitnehmen, nix zum Einsammeln, nix zum Drauflegen. Obwohl, ich weiß nicht mal, ob wir vielleicht einen Torch da ablegen können. Hier kann ich auch nix machen. Jetzt kommen die ja auch noch. Okay, so geht's auf. Und jetzt hängt er fest. Ha. Okay. So geht's. Haben wir es geschafft? Haben wir ausgetrickst? Haben wir jetzt hier hoffentlich ein bisschen Ruhe? So, das sieht aus, als müssten wir hier runter. Oder auch nicht. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. Das da. Ah, okay. Und das war für das, was wir gerade aufgemacht haben. Und die sind anscheinend zu doof, um zu uns zu kommen hier. Ja. Aus dem Weg. Ich hoffe, die brauchen erstmal ein Weichen, um hinterher zu kommen. So. Für hier war das. Und wieder da rüber. Und wieder da rüber. Komm schon. Und hier durch. Einmal vielleicht speichern. Aber ich glaube, wir machen hier jetzt für den Fall Cyrus... Oh, warte. Cyrus 2. Zur Sicherheit. Boah, was war das denn? Alter. Muss man hier Angst haben, hier. Da kommen schon die nächsten Wachen. Ist das überhaupt der richtige Weg, den ich jetzt gehe? Hier unten rum? Da war noch links und rechts oben rum, welch hier. Boah, ich hoffe. Hier gibt es aber ein paar Sachen zum Mitnehmen. Ja, schnell ausweichen, weg. Ein scharfes Speichern wird deinem Tod sein. Ah, wir können aber hier auch wieder ganz normal hoch. Geh das! Müssen wir aber auch noch alles mitnehmen. Ein scharfes Speichern wird deinem Tod sein. Du bist mit ihm. Jetzt überraschst du! Du wirst weg. Doch, aber... Alter. Du bist mit ihm. Du wirst weg. Gut, die Idee hier unten zu sein. So, da haben wir noch. Ein Helft-Bauschen. Jetzt nochmal rennen. Einmal vielleicht oben rum, dass die oben rum hinterher laufen. Und dann nochmal so. Oh, die sind noch hier unten. Okay. Der da oben kommt auch nicht an uns ran. Ein scharfes Speichern wird dir geholfen. Surrender jetzt! Und jetzt schnell! Lass ihn runter. Komm schon! Gehen wir mal den Weg wieder zurück. Geh, Redguard! Du wirst uns nicht erheben. Gibt es hier unten noch was? Nope. Hier unten gibt es gar nichts. So, dann gehen wir hier hoch. Nein! Okay. Gerettet. So. Ach, hier werden wir so oder so. Egal, ob links oder rechts rum. Jo, wir kommen. Okay, und unten kommen die nicht mehr hinter uns her. Immerhin. Ah, okay. Und das bleibt jetzt hier oben. Okay. Gehen wir mal den anderen Weg hier wieder runter. Okay. Okay. So, und. Nee, nach unten. Aua. Alter. Wischte mich sogar noch. Das war jetzt heftig. So, ich hoffe, wir können hier jetzt wohnen. Ja, passt. Wir können hier entlarmen. Boah, ich hoffe, der hat mich nicht erwischt. Okay, gut. Okay. Wir rennen hier durch. Das ist ein sehr alter was. Ähm. Kann ich da einfach rüber springen? Jo, hier kann ich einfach rüber springen. Okay, perfekt. Aber die fallen hier jetzt nicht runter, hä? Gehen die jetzt auf? Irgendwann? Geh mal davon aus, dass wir da hin müssen. Dann können wir hier ein Save-Game machen. Machen wir hier wieder auf Cyrus 2. So. Und. Jo, dat haben wir geschafft. Dat haben wir überstanden. Okay. Hier kommen wir hoch. Nein! Okay. Nice. Das war jetzt ein bisschen schnell. Und nochmal da rufen. Komm, geh hoch! Cyrus! Will der mich verarschen jetzt? Will der mich doch jetzt verarschen hier, oder? Ich will mich doch jetzt verarschen hier, oder? Nein! Nein! Okay. Das hat auch geklappt. Jetzt ein neuer Parkour. Okay. Ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht hinterher. Gut. Dann machen wir hier nochmal ein Save-Game. Auf Cyrus 2. Okay. Eine scharfe Schmerz wird deine Tod sein. Lass es runter. So, und hier. Jo, das hat geklappt. Und das hat geklappt. Okay. Okay. Okay, interessant zu wissen. So, wir machen diese Folge auch dafür, dass heute so ein bisschen stressig war, die Folge am Anfang. Machen wir die ein paar Minuten länger. So, wir haben hier ein Gewicht. Ich glaube, wir speichern auch hier jetzt lieber mal. Auf Cyrus 2. Wir haben hier noch ein Gewicht. Was passiert, wenn wir jetzt hier so weitergehen? Und zwar ganz vorsichtig. Okay. Wir müssen wahrscheinlich rüberspringen, ja? Kann ich von... Ach so, ich habe da Gewicht vergessen. So, und hier. Nein. Aufheben. Cyrus. Das ist das falsche Gewicht. Oh, wir sind aber ordentlich halbiert geworden. Hm. Wie machen wir das? Und wieder halbiert. Kann ich da überhaupt drüberspringen? Mhm. Ja, wieso, wieso trinkt er gar nicht mehr? Ja, wieso trinkt er gar nicht mehr? Kann ich irgendwie kriechen? Es gibt hier keine Möglichkeit zu kriechen, oder? Options, äh, Controls, äh, Forward, Back, Left, Right, Use, View, Jump, Walk, Items, Map, Lock, Swords, Help, Next Period, Blitzirror, Zwirks. Kim, free, beim Glamour, oder? Ne. Gibt keinen Kriechen? Gibt es eine andere Möglichkeit, da schliebt, vielleicht rüber zu kommen? Warte mal... ich will das irgendwie werfen können ja ich will auch nicht das buch dann würde ich sagen wir lassen das für diese folge und können wir uns in der nächsten folge so vielen dank dass sie wieder mit dabei war ich bin es euer max deus und tschau so 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 so